Das Oberamthall war ein Verwaltungsbezirk im Nordosten Württembergs im Umfeld der Stadt Schwäbisch Hall. 1934 wurde es in Kreishall umbenannt, 1938 umteile der Kreise Ellwangen, Geildorf, Gerabronn, Künzelsau und Oerringen zum Landkreishall vergrößert. Allgemeine Informationen zu den württembergischen Oberämtern siehe Oberamt. Geschichte 1802 nahm Württemberg im Vorgriff auf den Reichsdeputationshauptschluss, die Reichsstadt Hall und das Ritterstift Komburg in Besitz. Aus diesen neuer Werbungen bildete man das Oberamthall sowie die Stabsämter Komburg, Rosengarten und Wellberg. 1805 erhielt Württemberg die Johanniter kommende Hall zugesprochen. Im folgenden Jahr kamen mit der Rheinbundakte auch die Hohenohischen Fürstentümer sowie mehrere ritterschaftliche Besitzungen unter. Württembergische Hoheit 1807-1808 wurden die erwähnten Stabsämter aufgelöst und ins Oberamthall eingegliedert. Bis 1810 erfolgten noch einige kleinere Grenzänderungen. Nachbarn des von 1818 bis 1924 dem Jagstkreis zugeordneten Bezirks waren die württembergischen Oberämter Geildorf-Kreilsheim, Gerabron, Künzelzau, Oeringen und Weinsberg, ehemalige Herrschaften. 1813 nach Abschluss der Gebietsreform setzte sich der Bezirk aus Bestandteilen zusammen, die im Jahr 1800 zu folgenden Herrschaften gehört hatten. Reichsstadt-Teil das Landgebiet war in mehrere Ämter gegliedert, welche die folgenden größeren Orte umfassten. Rosengarten Das Amt Hohenhardt und ein Teil des Amts Hohenhardt kamen 1796 unter Preußische Hoheit und nach dem Übergang an Württemberg letztlich zum Oberamt. Kreilsheim Herzogtum Württemberg Zum Klosteramt Morhardt gehörte ein Teil von Westheim, zum Oberamt Weinsberg, das Zollhaus zu Bubenor bis Hohenlohe-Bartenstein, Maybach, Hohenlohe-Schillingsfürst, Geilenkirchen, Neunkirchen und Rinn, Hohenlohe-Kirchberg, Untermünckheim, Ritterstift-Komburg, Komburg mit Steinbach und ein Korn, Großalmerspann, Starkholzbach, Hessenthal, Anteile an Hagenbach, Rheinsberg, Tüngenthal, Talau, Wackershofen und weiteren Orten, Fürstpropsteil, Wangenhausen bei Sondheim, Anteile an Umenhofen und unter Sondheim, Johanniterorden, kommende Hallerfall, Trachgott-Wolzhausen, Gleimenhof, Neunkirchen, Reichsritterschaft Beim Kanton Odenwald der Fränkischen Ritterschaft waren immatrikuliert Zollburg mit Anteilen an Untermünckheim und Hertlingshagen, Biebersfeld. Zum Rittergut Eckenbrechtshausen gehörten Anteile an Oberschmerach und Rudelsdorf. Punkt. Gemeinden. Zum Oberamteil zählten 1847 folgende Gemeinden. Änderungen im Gemeindebestand seit 18131819 wurden Hörlebach und Rudelsdorf von Ilzhofen nach Wolperzhausen umgemeindet. 1821 wurde Großalmerspann von Ilzhofen getrennt und zur selbstständigen Gemeinde erhoben. 1828 erlangte Talheim, bislang zu Wellberg gehörig die Eigenständigkeit. Untererspach wurde von Großaltdorf getrennt und zur selbstständigen Gemeinde erhoben, der auch Kerle weg zugeteilt wurde. Um 1828 wurden Brachbach und Kupfer von Untermünckheim nach Übrigtshausen umgemeindet. 1843 wurde Talau nach Utenhofen eingemeindet. 1845 wurden Anhausen, Buch und Dörrenzimmern von Untersondheim nach Sulzdorf umgemeindet, Rappolden kam von Untersondheim zu Talheim. 1849 wurde Arnsdorf von Enzlingen getrennt und zur selbstständigen Gemeinde erhoben. Im selben Jahr wurden Altenhausen, Ramsbach, Weynau und Wolperzdorf von Weckrieden nach Tümenthal umgemeindet. Bühlerzimmern kamen von Weckrieden zu Geislingen. 1856 wurde Talheim wieder nach Wellberg eingemeindet. 1858 kehrten Geisdorf und Schönberg zur Gemeinde Enzlingen zurück. 1868 wurde Mattes Hörlebach von Tümenthal nach Sulzdorf umgemeindet. 1869 wurde Sanzenbach nach Rien eingemeindet. 1875 wurde Eschenau von Untersondheim nach Wellberg umgemeindet. 1893 wurde Oberschmerach von Unterasbach nach Eckartshausen umgemeindet. 1926 kamen die Gemeinden Ammerzweiler, Finsterroth und Meinhardt vom aufgelösten Oberamt Weinsberg zum Oberamthall. 1930 wurde Steinbach nach Hall eingemeindet. Im selben Jahr wurde Hilpert von Oberspeltach nach Wellberg umgemeindet. 1933 wurde die Rösersmühle von Grab nach Meinhardt umgemeindet. 1935 wurde Hagenbach von Bibersfeld nach Schwäbisch Hall umgemeindet. 1936 wurde Hessenthal nach Schwäbisch Hall eingemeindet. Amtsvorsteher Die Oberamtmänner des Oberamts Hall von 1808 bis 1939 zu 1808 minus 1812 Friedrich Wendt Ehlen Hummel. 1812 bis 1823 Eberhard Bühler 1823 bis 1825 Johann Friedrich Geiger 1826 bis 1835 Christian Gottlieb Maaz 1835 bis 1844 Georg Bernhard von Billfinger 1845 bis 1849 Emil Walter 1849 bis 1883 Adolf von Daniel 1883 bis 1890 Karl von Hutzehl 1890 bis 1895 Robert Fleischhauer 1896 bis 1901 Karl Albert Christoph Schütz 1901 bis 1922 Otto Vogt 1922 bis 1924 Franz Paradise 1924 bis 1932 Erwin Wagner 1933 bis 1939 Arthur Schicker 2 . 21 size a 20. 29 27 29